Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir machen ein bisschen Sport. Wir zocken zusammen mit dem Fit Adventure-Freunde. Da ich noch nicht so sportlich aussehe, werde ich mich mal kurz umziehen. Hier bin ich, Friends. Also, sehr schön. Amazing. Amazing. Starten wir das Game. Der lege Ring-Con-Zubehör, Beingurt sowie linken und rechten Joy-Con bereit. Okay. Ja, jetzt machen wir nicht so einen Druck. So, ich sitze. Platziere den Beingurt auf dem linken Oberschenkel, etwa auf mittlerer Höhe. Haha. Alter, mein Oberschenkel ist viel zu fett. Der schnübt mir mein Blut ab. Ich stelle jetzt schon mal meine zweite Kamera auf, damit ihr hier auch mehrere Perspektiven habt. Okay, die Kamera ist optimal positioniert. Achte auf genügend Platz. Ja, ich kann nur so. Ich kann meine Arme nicht weiter so strecken. Oh shit, da ist meine Lampe. Alter, ich werde sowas kaputt machen. Alter, die Mucke. Ich fühle die schon. Los geht's mit dem dynamischen Stretch-Shake. Ich kann nur den Ring nur ganz leicht über meinem Kopf halten. Oh shit, jetzt habe ich schon in die Decke gehauen. Die Welt schwebt in großer Gefahr. Ey, deswegen bin ich auch hier. Wir befreien jetzt einfach irgend so einen Dämon oder so. Ich wusste, wir wurden verarscht. Ich heiße Ringo. Heißen nicht auch so diese geilen Vanille-Kekse? Wenn ihn niemand aufhält, wird sie die ganze Welt verschlingen. Verstehst du? Und ich bin noch zu schwach, um... Du bist ein Lappen. Ganz ehrlich, warum hat dein Vater dich früher nicht richtig geschlagen, Alter? Okay, ich bin ready, guys. Scheiße, der Bus ist da. Ich muss laufen. Schön die Beine höher. So kommst du leichter die Treppe hoch. Achso, ich muss so machen. Oh, das kann ich gar nicht. Oh mein Gott, das ist so witzig. Ich muss sagen, mein Joy-Con am Bein rutscht etwas. Ich muss das straffer machen. So, hier schön Beine abschnüren, wie das so Drogensüchtige machen. Was ist das? Oh, ist das der erste Bossfight? Jawohl! Drakos-Monster sind uns auf der Spur. Die kann man nur mit Fitnesskämpfen besiegen. Aber keine Sorge, für Fitnesskämpfe... Haben wir Fitness? Soos. I gotcha. I gotcha. Ich muss das 25... 30 Mal machen, sehe ich das richtig? Das ist ja geisteskrank. Ohne Scheiß. Das ist ultra anstrengend. Ja, schneller wahrscheinlich. Alter, leck mich. Wir machen jetzt irgendwas anderes. Überkopffresse. Das war's. Alter, ich hoffe, hier sind keine Monster mehr. Da würde ich ausrasten. Oh nein, ein Monster. Das ist nicht gut. Ich hätte vielleicht nicht die Trainingsintensität so hochdrehen sollen. Puh. Alter, Drakos, werden wir so die Schnauze verprügeln. Aus dicken Gamern machen wir fitte Leute. Das ist unsere Mission. Und da oben ist direkt die erste Starcoin. Und die habe ich nicht bekommen. Sehr, sehr gut. Körperbogen-Zeichen-Trick-Animationsfeld. Der Bizeps hat ein eigenes Gravitationsfeld. Ja, der ist ein bisschen fitter als ich. Es ist mir auch egal. Eines steht fest, wenn mich beim Training stört. Mit dem wische ich meine Handelstangen. Oh Gott, Alter. Der kann von ewig dauern. Holy shit. Oh, mein Rücken. Und wir haben es. Da haben wir erstmal einen entspannten 124er-Puls. So läuft das. Komm, wir machen jetzt mal. Heute mal so ein Cooldown. Das haben wir noch nie gemacht. Oh mein. Oh mein. Oh shit. Es zieht. Fusion. Alter, ich fühle mich eben einfach wie so ein Lastwagenfahrer. So, dü, dü, dü. Ich cruise über den Highway in meinem Lastwagen. Und bestimmt wäre andere Autofahrer. What's up? Oh nein. Nein. Oh, mein Gott. Warum spiele ich eine Frau eigentlich? Warum bin ich eine Frau? Was ist mit meinem männlichen Charakter passiert? Ich fühle mich in meinem Gender Offended. Spaß. Ich als Frau mag es, wenn man mich ernst nimmt. Also ein bisschen Ziel schießen, ne? Aber ich habe ja zum Glück eine Vergangenheit in der Army. Dementsprechend bin ich da ja Profi. Für Ruhm und Ehring. Ich rücke den Hinkern so oft du kannst. Immer weiter, bis die Bombe explodiert. Willi, was? Fertig. Los. Ach so. Weiter. Klasse. Junge. Fast geschafft. Weiter so. Bombenpring. Ja. Okay, das ist Zwiebel. Let's go durch die Nacht. Danke, Flexi. Uh, Level 10. Okay, geben wir ihm. Die Draco-Fights waren bisher immer ziemlich heavy. Schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Ui, ui, ui. Hoffentlich hast du eine gute Idee, weil den Bosskampf heute auch noch zu machen. Ich weiß es nicht. Er plant beim Training das nächste Training. Okay, geiler Typ. Every day, every night training. Ich brauche was zu trinken. Ich krepier hier. Volvic. Eine natürliche Quelle des Lebens. Ach, du scheiße, mein nechter Arm versagt einfach. 9, 8, 1, 7, 2. Hä? Oh, nein, er legt noch. Nein, er legt noch. Oh, Handtuch. Ich brauche so dringend ein Handtuch. Wahrscheinlich sehr leichte Aktivität, oder? Du Sohn. Das wird für mich wohl die unangenehmste Folge aller Zeiten, weil direkt hier am Nachbarhaus ist ein Monstergerüst aufgebaut und irgendwelche Leute streichen die Wände. Und ich glaube, da werden noch irgendwelche Dachschindeln neu verlegt. Auf jeden Fall können jetzt Handwerker hier mies bei mir durchs Fenster gaffen, während ich hier Sport mache. What? Ein Viel, ein Vierer? Wollt ihr mich verarschen? Wasser trinken nicht vergessen. Ne, ne, keine Sorge. Ich hole mir schon noch was zu trinken. Dann sind wir hier direkt in der Lage, unsere nächste neue Übung einzusetzen, die sogar effektiv ist, das Knieheben. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Ich weiß nur, dass ich hier gleich wieder meinen Ring in meine Deckenlampe feuern werde. Oh, wie schnell macht der es? Oh, shit. Okay, ich glaube, die Übung ist nicht für meine Arbeitszimmer. Oh, shit, der hat sich schon übelst, der Abnutzungspur. Sorry, Bro. Okay, ich glaube, Knieheben ist jetzt leider für mein Arbeitszimmer nicht die richtige Übung. Ich habe im falschen Moment den Move gemacht. So, jetzt kommt auch der Moment, wo ich mich sexy entkleide. Ich bin homoerotisch. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Den Schatz werde ich mir mal kurz mitnehmen. Okay, ich bin wieder unterwegs. Oh, lass die Dame in Ruhe. Holde meite, ich komme zu Hilfe. Es gibt einen neuen Modus. Rhythmus Fit. Das ist ein bisschen Just Dance in Ring Fit oder sowas in die Richtung. Das ist geil. Es geht schnapp die Arme jetzt, merke ich gerade. Wie lange geht denn das hier noch? Die wir kennen. Oh mein Gott, fehlerfrei. Oh, das ist so cool. Das macht wirklich Laune. Ich bin der American Sniper. Yes, see. Odyssey. Yes, see. Odyssey. Yes, see. Yes, see. Schon wieder fehlerfrei. Ich bin der Expert. Holy shit. Es ist bloß First Strike. Wenn das kein Daumen nach oben wert ist, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Yes. 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 You. Yes. 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 Der frühe Jogger fängt den Smoothie.